Tja und damit ein Hallöchen zu meinem letzten Server Wir befinden uns hier auf dem Hypixel Server Ja Hypixel genau, hier gibt es verschiedene Also viele Minecraft Spieler kennen den Server eigentlich Also wir sind hier im Turbo Kart Ich finde das unheimlich geil, ich feiere das richtig Ich habe glaube ich jetzt insgesamt 5 Rennen bestritten 5-6 Rennen Wir werden auch weiterhin noch weitere Rennen bestreiten Wir werden auch andere Sachen uns angucken gehen Ich will aber erstmal noch ein bisschen Turbo Kart zocken Wir gehen, der ist jetzt leer Guck mal was gibt es da hinten Da war eine Katze Eine Miea Miea Eine Q, eine Q Ach guck mal hier sind 8 Stück Gehen wir da mal rein Genau Turbo Kart Racer ist hier Also ich finde das echt geil umgesetzt Mario Kart in Minecraft Es ist einfach nur so genial umgesetzt Es macht auch wirklich richtig, richtig, richtig viel Spaß Also ich zock das schon den ganzen Tag Zumindest seit ich sie entdeckt habe Deswegen Herrlich Einen Rennen habe ich bis jetzt gewonnen Mehr auch noch nicht Also ich habe mich auch noch nicht mit der ganzen Mechanik auseinandergesetzt Ist für mich Gewohnheit Ach komm schon Nicht der Blitz Fick dich alter Hier runter Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ob ich gerade hier richtig unterwegs bin Scheiße Wow Schieß auf deine Mutter Alter Schießt er auf mich Ich bin Zweiter Ich bin Zweiter Es läuft Es läuft Ich habe Angst Dass hinter mir gleich einer Kommt Ich wurde getroffen Wir sind aber anscheinend richtig Weil der Progress Steigt immer weiter an Jawohl Wo steckt denn der Plasma Dragon Alter Der steckt der Arme echt am Arsch Der Welt Hallo Keine Banane Keine Banane Keine Banane Dem Ding kann ich auch nichts anfangen Weg damit Kann ich nicht gebrauchen Ich wurde getroffen Welcher Wichser war Nein Da war eine Banane Konnte ich mir rechtzeitig ausweichen So hier Treffe ich irgendjemanden Nein Ich habe niemanden getroffen mit der Bombe Schade Oh ich habe einen Pilz Ich habe einen Pilz Auf einer geraden Strecke am besten einsetzen Oh Jetzt So viel zum Thema Guter Einsatz von einem Pilz Das war ein beschissener Einsatz Äh Der Plasma Dragon Der scheint echt am Arsch der Welt zu sein Den werde ich nicht mehr kriegen Oh Gib doch Gas hier Drück auf die Tube Alter Jetzt überholen sie mich aber alle Gehe ich dir gar nicht Platz 2 bis 5 So eng aufeinander Scheiße War gerade da der Plasma Dragon Oder habe ich mich einfach nur gerade verguckt Ich weiß da gerade nicht Äh Naja Plasma Dragon ist immer noch erster Der Verganz entspannt seine Runde Ohne irgendwie sich großartig gedanken Alter Fick dich Jetzt fahr ich hier mal runter Oh ich habe eine Rakete Ich habe eine Rakete Feuer Ich wurde selber getroffen GG Kollege Don't you GG Ey Fick dich Ey Ich habe noch eine Rakete Ich hatte ja drei Oh Ich sollte öfters auf meine Itemleiste gucken Dann wüsste ich auch wenigstens was Alter Innerhalb von 30 Sekunden jetzt zum Ziel Das schaffe ich doch nie Das schaffe ich doch nie Das ist so weit noch entfernt das Ziel Na okay Ey ich bin dritter Ich bin nur dritter geworden ne Nein Doch Ich bin You are 13 Third So third Nicht 13 Sondern third Hier sieht es aus Ein bisschen wie Master Chief Ich bin dritter Yeah Fick dich Fick dich Das ist mein Platz Hier Dritter Yeah Ich habe den Pokal I'm the king Dann gucken wir doch mal weiter Ich habe ja auch noch Quests am laufen Kann ich denn von hier aus ansprechen Nein Natürlich nicht Komplett und Race on Hypixel habe ich Olympus Canyon Reto Raceway und Jungle Rush Okay Canyon habe ich auch Hypixel Jungle Rush Gehen wir in Jungle Rush rein So die Hälfte fehlt noch Yeah Genau Turbo Kart Racers Ja Jawohl Ja Dann gehen wir mal jetzt hier so nach und nach alle Strecken durch und dann werden wir mal irgendwo uns die anderen Matches anschauen was es hier noch so gibt und ich sollte echt mal nach dem Rennen gucken wie ich die ganzen Belohnungen verbauen kann das wäre echt mal interessant zu wissen man kann auch driften ja Aber mit dem driften kriege ich nicht gebacken Ich verliere eher mehr Geschwindigkeit Um die Kurven rum Als ich eigentlich an Zeitgewinn mache Hallo Hallo Guten Tag Leute Ihr werdet alle verlieren Haha Du Du Oh Go Ich habe keine Ich fliege Wow Die Strecke kenne ich echt nicht Scheiße 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 Ich habe keine Ahnung Runter geht es am besten Äh Ist Oh Ist jetzt wahrscheinlich nicht so die schnellste Strecke Ne Kann das sein Äh Ich bin nicht wirklich schnell unterwegs Ui Das war eng Das war eng Mein Gott Oh Der Pilz hat mir auch nichts gebracht Wow Hier geht es ja Wie gemein ist denn die Stelle Wie assi war die denn Da ist mir schon wieder drin im Cockpit Hat sich wieder resettet Ich verstehe halt nicht wo Was 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 Hä Wolang geht es hier Ich habe keine Ahnung Jetzt aber Boah ist die Strecke kompliziert gemacht Ich habe keine Ahnung wo lang es geht Ich bin aber immerhin Dritter Wenn das so ist Wuhu Und nochmal Gas Ich habe mich auf dem zweiten Platz vorgekämpft Irgendwie Und wo ist der Erstplatzierte Yeah Leppu Wow Und ich habe keine Ahnung Eingekassiert Schlecht Ich fahre mal hier lang Mal gucken Ist das vielleicht ein Besserer Weg Nein Naja Die Rakete hat den auch verfehlt Also MarcoCard selber Kann ich mit Eigentlich mit den grünen Panzern Recht gut schießen Hier ist er noch echt Ein bisschen gewöhnungsbedürftig Oh Jetzt habe ich eine roten Rakete Ja Ja Auf dem zweiten Platz vorgekämpft Einmal ausweist Bisschen Gas geben Und rubber Wow Diesmal kenne ich Den Teil der Strecke Diesmal bin ich drauf gewappnet Wo steckt denn der Erstplatzierte Hier habe ich von auch scheiße gebaut Diesmal nicht Diesmal nicht Nene Also Uppsala Wo steckt der erste Ey Schon wieder der Erstplatzierte Am Arsch der Welt Kann doch nicht sein Da vorne ist er Da vorne fährt er Ah Meine rote Rakete Fehlt auch noch Er ist aber schon mal wenigstens in Sicht Da vorne fährt er doch Wir haben also noch die Chance Erster zu werden Wenn ich die Möglichkeit Alter Naja ist gar nicht der erste Oder Doch da ist der erste Statt mich mal hier ständig anzugreifen Greif mal lieber den Erstplatzierten an Damit wir die Chance haben Noch vorne zu kommen Oh Was war mit dem los Der war nicht in seinem Wagen Oh der Server Der Server kackt ab Der fängt an zu lang Fliege ich gleich vom Server Oder Ne da war er wieder Okay der hatte einfach nur ein Lack Okay 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 Den kriegen wir wahrscheinlich aber nicht mehr Oder Ich habe jetzt gerade Jawohl Wir haben auf den ersten geschafft Komm da ist das Ziel Da ist das Ziel Yeah Fick dich Cliff Ja Yeah Kurz vorm Ziel noch überholt So muss er gehen ey I'm the king Yeah Der hat sogar noch ein Chat reingeschrieben Fick Super You want a super Super frame Und ich bin besoffen Ich bin besoffen Ich bin besoffen Nicht mehr Boah Ach bin ich jetzt gerade stolz darüber Jawohl So jetzt wollen wir erstmal gucken Wie kann ich denn hier meine Karte überhaupt aufwerten Ich habe keine Ahnung Kloaks Superhero Kloak Äh Okay Okay Ähm Äh Ach das ist für meine Quest wahrscheinlich Na Hm Ich kann hier auch Ah Tschüss Wo geht denn hier ab Wo geht denn die Hallo Schnauze So So Ähm Ja wie kann ich jetzt hier mein Nein das ist das nicht ne Main Lobby Ne hier kann ich jetzt zu den einzelnen Locations reisen Reisen genau reisen Ähm Ja Wie kann ich mein Kart aufwerten Ich habe keine Ahnung MVP Hey du Äh Also ich weiß dass man hier die Items kaufen kann Bei dem hier Das weiß ich schon mal Oh hier gibt es sogar Wie viel haben wir 4249 Kartskine Oh hier haben wir sogar verschiedene Aussehen Die gegen Echtgeld kosten Anscheinend Äh Hm Ich nehme mir denn mal Die hier oben sind anscheinend alle kostenlos Nehmen wir das mal Equipped So Ich glaube das ist das hier ein Modell Ne Keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ernsthaft wie ich Dings Äh Äh Ich meine Ding aufwerten kann Steht hier Shooten Direct Line Jajaja Die Items kenne ich ja Okay Das kenne ich noch nicht Habe ich noch nicht gehabt So 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 Dann Retro Hypixel Spielen wir mal Spielen wir mal Canyon Komm Spielen wir mal Canyon Genau Wir haben eine neue Karre unterm Arsch Endlich Wie sieht es von hinten aus Ach da ist das Ding Da ist alles klar Uh da drin startet Da drin startet Oh ne Nicht von hinten So Steady Jawoll Piss dich Item Oh noch 3.1 gekriegt Ich sehe nichts Es lag Es lag Nein Lange ist scheiße Lange ist scheiße Kann ich mich auch nicht fahren Mit Das lag aber gerade extrem Ist ja echt nicht schön ne Alter Schwede Wow 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 Ja danke Hat er lag sich hier für mich ausbezahlt Man 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 Ist ja echt nicht schön ne Na Rainer Ich nehme auch hier immer den langen Weg Ja springen Oh man 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 ich will wieder erster werden Das wäre genial Das wäre einfach nur die Krönung Dann noch ein drittes Dann habe ich Free in a row Aber mit diesem Lachs wird es unheimlich schwer Boah Das ist echt nicht feierlich gerade ne Alter Schwede Ist das am Lange 54 Sekunden für eine Runde gebraucht Okay Upsala Kacke gebaut So muss das laufen Ich will jetzt gerade auch nicht nach hinten gucken Ich habe Angst dass ich hier gerade scheiße baue Und mir dann mit Dings äh Das es mir den Sieg kostet Hinter geht mir die Party ab Fein geschaut ein bisschen in front of you Äh nein Ich habe sie hinter mich geschossen Fick dich Hab ich Ich habe keinen getroffen ne Egal wir haben gewonnen Gewonnen Jawohl 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 So muss das ok Ups Scheiße Zu oft die Umschalttaste gedrückt Verdammt 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 Das darf nicht passieren Wuhu! 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 Use this beim Mechanic in der Lobby. Okay, dann gucken wir beim Mechanic mal vorbei. Ich glaub, der stand da ganz vorne, ne? Ist da hier vorne der Mechanic? Ja, ne? Weil's hier auch dabei steht. Weil's hier auch dabei steht. Partcrafter, Junkyard. Music Collection, hm. Hornselector. Partcrafter? Ne. Äh. Ja, schön. Cardskin. Ne, das ist das hier. Use coins for a chance at an epic part. Ja, okay. Card Customizer. Ah. Hier hab ich neue Parts. Das hab ich wahrscheinlich grad drin und da könnte ich reinpacken, ne? Kann das sein. Das hier. Ach ne, das hier. Okay, jetzt select your engine. Warte mal. Ja, hab ich hier noch was? Okay, hier select your turbocharger. Brakes. Booster Speed. Grifting. Ne, dann nehmen wir das. Booster Speed erhöht das uns. Griften tue ich ja nicht wirklich. Start Position. Ah, okay. Okay. Das erhöht meine Chance auf einen besseren Start. oder besseren Startplatz zumindest. Wie geil ist das denn? Ich will mal ein anderes. Ich will mal das gelbe hier. So, zurück. Ah. So funktioniert der. So läuft der Hase. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. So, ich beende jetzt aber diesen Part. Wir sehen uns in der nächsten Part. Wenn es dann weiter gehts auf diesen Hypixel Servers. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü